Kircher ist einer der solidesten und wie ich finde sympathischsten deutschen Hersteller und bei unserem Messebesuch auf der IFA merkte man auch bei den Mitarbeitern, dass sie aus Überzeugung für Kircher arbeiten und auch noch Spaß dabei haben. Kircher Produkte gefallen mir allgemein gut, die sind qualitativ auf Jahre angelegt und dennoch nicht überteuert, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Preispolitik von Vorwerk denke. Besonders gefallen hat mir in der Vergangenheit der K7 Hochdruckreiniger und auch deren Wischsauger haben es in unsere besten Liste geschafft. Wenn Kircher dann neue Produkte launcht, wie diese beiden Akkusauger VC4 und VC6 Cordless Premium, dann ist das was Besonderes, weil es gut sein kann, dass die nächsten Jahre jetzt erstmal nichts mehr kommt. Auf der IFA 2022 haben wir uns diese Akkusauger in der Premium Variante angeschaut, das heißt also in weiß und da sind kleinere Extras dabei, was den Lieferumfang betrifft. Der UVP für den VC4 liegt bei 240 Euro, beim VC6 bei 400 Euro. Der VC6 ist minimal schwerer, etwas höher und hat die größere Staubwälderkapazität. In der Laufzeit unterscheiden sich die Modelle dann deutlich und das hat vermutlich damit zu tun, dass beim VC6 ein zweiter Wechselakku mitgeliefert wird. Die Saugleistung konnte ich hier am Stand nicht messen, ist aber beim VC6 deutlich erhöht. Die Modelle haben Besonderheiten, beide Akkusauger haben die Option auf einen Wechselakku, man kann also was die Laufzeit angeht beliebig nachrüsten. Und die Akkus werden hier im Übrigen auf unterschiedliche Art und Weise getauscht. Etwas schade ist an der Stelle, dass es zwar eine Wandhalterung gibt, das Netzkabel für die Aufladung aber manuell eingesteckt werden muss. LEDs gibt es hier an der Hauptbürste und LEDs sind auch ein sehr beliebtes Feature bei unseren Zuschauern, damit sieht man einfach jeden Dreck unter den Möbeln. Eine LED-Beleuchtung hat in diesem Fall aber nur der VC6. Beide Akkusauger haben eine Auto-Switch-Taste, die ist ganz praktisch, weil man jetzt als Nutzer selbst aussuchen kann, ob der Akkusauger auf Tastendruck oder dauerhaft Vollgas geben soll. Ungewöhnlich wird es dann auch beim Lieferumfang, denn dabei ist ein Aufsatz, um den Filter zu reinigen. Von unseren knapp 100 getesteten Akkusaugern kenne ich das nur von der Marke Tineco und da gibt es tatsächlich eine Zusammenarbeit, was mich etwas überrascht hat. Das Modul gibt es aber nur in der Premium-Oriente, diese Akkusauger. Generell ist ordentliches Zubehör dabei, da ist natürlich eine Fugendüse, aber auch ein 2-in-1-Möbelaufsatz. Den habe ich jetzt hier nicht auseinandergenommen, das ist an so einem Messestand auf die Schnelle manchmal schwierig, aber darunter würde sich jetzt noch ein Polstermöbelaufsatz verbergen. Ansonsten eine One-Click-Entleerung, die haben wir jetzt auch nicht gezeigt, aber die geräumigen Staubhälter können mit einem Klick entleert werden, wie man das von vielen Modellen kennt. Finde ich gut, weil es einfach nichts sehr frägeres gibt, als wenn man jetzt mit dem Staubhälter da so rumfrickeln muss bei der Entleerung. Die Verarbeitung und Haptik hat mir bei beiden Modellen besonders gut gefallen. Die Aufsätze rasten problemlos ein, die Bedienung ist sehr entspannt, das Gewicht ist wunderbar. So darf sich ein Akkusauger anfühlen und auch zu bedienen sein. Das könnte sicherlich ein Grund sein, warum man sich im Zweifel für Kärcher entscheidet. Ja, meine Meinung ansonsten, mein Gesamteindruck vor Ort, der war richtig gut. Wir konnten hier natürlich jetzt keine mehr Härtetests unterziehen, aber gefühlt haben wir hier einmal den gesamten Kärcherstand gereinigt. Ich finde gut, dass die Modelle modern sind. Da haben deutsche Hersteller oft schmerzhaftes Nachholpotenzial. Gegenüber der billig produzierten chinesischen Konkurrenz. Gleichzeitig hat man sich hier eindeutig Hilfe aus China geholt, und zwar von der Marke Tineco, die ich ebenfalls schätze und schon ein Dutzend Tineco-Modelle getestet habe. Dennoch hätte ich es schöner gefunden, wenn wir hier einfach ein Modellmarke Kärcher Eigenbau hätten. Bei einem Saugroboter verstehe ich das schon eher, die müssen sehr smart sein, aber einen Akkusauger nicht so unbedingt. Und die Frage, ob jetzt der VC4 oder VC6 mehr Sinn macht, das hat hauptsächlich mit eurem Budget zu tun. Die 6er Serie hat einen etwas stärkeren Akkusauger, inklusive Wechselakku. Damit ist der Aufpreis schon gerechtfertigt. Ansonsten, weil die Tineco-Modelle sehr ähnlich und teilweise kompatibel sind, verlinke ich euch ein, zwei Videos zu entsprechenden Tineco-Geräten in der Videobeschreibung. Falls ihr mehr von Kärcher sehen wollt, ist das auch die Gelegenheit für euch, den Abo-Button zu drücken, denn wir haben aktuell einiges an Kärcher Berichterstattung geplant. Also, bis dahin, ciao!